Was haben Donatello, Raphael, Leonardo und Michelangelo gemeinsam? Genau, sie sind alle Künstler der Renaissance und naja, Namensgeber der Turtles. Okay, wir haben hier vier Schildkröten mit mega Aggressionsproblemen. Ja, dann lass die doch nach vier Genies benennen. Aber was war die Renaissance eigentlich? Das war eine Kunstepoche, die von Italien ausging. Genau, und deshalb hat sie einen französischen Namen. Macht Sinn. Die Renaissance dauerte ungefähr von 1400 bis 1600 und keine Kunstepoche bietet so viele Postermotive. Also wirklich, wirklich, wirklich viele. Renaissance heißt Wiedergeburt. Da ging es darum, die Antike wieder aufleben zu lassen und weiterzuentwickeln. Der Mensch wurde intensiv studiert, Porträts wurden individueller und man erforschte die Anatomie. Außerdem benutzte man wieder die Zentralperspektive, also dass Objekte kleiner werden, je weiter sie weg sind. Im Mittelalter hat man nämlich oft die Bedeutungsperspektive benutzt, also wichtige Leute groß, unwichtige klein. In diesem Sinne, ciao.